Die österreichischen Luftstreitkräfte sind Teil des Bundesheeres. Ihnen gehören 4.300 Mann an, davon sind ca. 3 Viertel wehrpflichtige Aufgaben. Laut einer Selbstdarstellung des Bundesheeres sichern die Luftstreitkräfte Österreichs den österreichischen Luftraum und unterstützen die Landstreitkräfte mit Hubschraubern, Transport- und Verbindungsflugzeugen. Zur Wahrung der Lufthoheit orten und identifizieren sie eindringende Flugzeuge. Gegebenenfalls drängen sie diese ab oder zwingen sie zur Landung. Geschichte Österreich-Ungarn hatte KUK Luftfahrtruppen. Der Vertrag von Trianon legte fest, dass Österreich keine Luftwaffe haben durfte. Die österreichischen Luftstreitkräfte wurden im Jahr 1955 im Rahmen der Wiedererrichtung des österreichischen Bundesheeres gegründet. Erste Flugzeuge waren acht von der Sowjetunion geschenkte Schulflugzeuge der Typen Jagd-18 und Jagd-11. Im Februar 1956 wurde der erste österreichische Hubschrauber ein Bell 47 G beschafft. Als erstes Muster mit Strahlantrieb wurden 1957 die Hevelend Vampire erworben. 1959 folgte der französische Strahltrainer Fuga Magister. In den Jahren 1960 bis 1962 wurden 30 gebrauchte Saab 29 Tonnern, bekannt auch als fliegende Tonnen, in zwei Losen zu je 15 Maschinen nach Österreich geliefert. 1972 wurden die Saab J29F Tonnern ausgemustert. 440 Flugzeuge des Typs Saab 105OE übernahmen deren Aufgaben. Bei den Hubschraubern wurden ab 1963 die ursprünglich beschafften Muster Aluette II und Sekorsky S55 schrittweise durch den moderneren Augusta Bell. Ab 204 B und ab 1967 durch die Aluette III ersetzt, die teilweise noch heute im aktiven Truppendienst stehen. Im Jahr 1970 wurden noch elf Maschinen des Typs Ab 206 Jet Ranger und zwei Sekorsky S65 beschafft. Zwölf Kampfhubschrauber des Baumusters Bell O58 Kiowa folgten 1976. Als mit der Lawinenkatastrophe von Galtür 1999 klar wurde, dass nicht ausreichend Helikoptertransportkapazitäten zur Verfügung standen, wurden neun Sekorsky S70A42 Black Hawk Transporthubschrauber erworben. Für Transportaufgaben waren schon 1960 sechs Flugzeuge des Baumusters The Havilland Canada DHC-2 Beaver in Dienst gestellt worden. 1969 folgten zwei Short Sky-Van 3M. Die Beaver wurden später durch zwölf Maschinen des Baumusters Pilatus PC-6 Turbo Potter ersetzt. 2003 wurden drei C-130 Herkules-Transportflugzeuge von der Royal Air Force erworben. Ab 1988 wurden Sub-35 Hüttraken zur Luftraumüberwachung eingesetzt. 1991 drängen während des Bürgerkriegs in Jugoslawien im Sommer 1991 jugoslawische Flugzeuge des Typ Semi G21 in den österreichischen Luftraum ein. Es kam aber nicht zu Begegnungen mit österreichischen Flugzeugen. Durch die militärischen und Luftfahrtbestimmungen des Staatsvertrages von Wien 1955 wären die österreichischen Flugzeuge eventuell auch nicht ausreichend bewaffnet gewesen, um effektiv eingreifen zu können. Durch Erklärung der Republik Österreich gegenüber den anderen Signatarmächten wurde der Artikel für Obsule erklärt und infolge der Untätigkeit der Signatarmächte völkerrechtlich anerkannt. Die Luftstreitkräfte verfügen seither auch über Lenkraketen. Die Frage der Beschaffung neuer Maschinen wurde in der Folgezeit in der österreichischen Öffentlichkeit lange und kontrovers diskutiert. Im Jahre 2002 entschied sich die damalige Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel für die Beschaffung des Eurofighter-Taifun. Die 2005 ausgemusterten Draken wurden durch aus der Schweiz gemietete F5-Etiger als Übergangslösung bis zum Eintreffen der Eurofighter ersetzt. Der seit dem 6. Dezember 2002 als Kommandant der österreichischen Luftstreitkräfte amtierende Erich Wolf wurde am 10. April 2007 wegen seiner Verwicklung in eine mögliche Bestechungsaffäre beim Eurofighter-Kauf von seinem Amt suspendiert. Im Dezember 2008 wurden Erwägungen des Generalstabes publik als Ersatz für die 40 Jahre alten Trainingsflugzeuge Saab 105 für bis zu 20 Maschinen des Unterschallkampfflugzeugs ROL 159 aus Beständen der tschechischen Streitkräfte anzukaufen. Abstürze 9. August 1963 LFZK über St. Georgen an der Leis Wachtmeister Hermann Jelinek kommt ums Leben 5. Oktober 1971 LFZ Rhein und 20 über Pust der Wald keine Verletzten 9. Januar 1973 LFZ GH 18 über Hörsching Hauptmann Leopold Hoffmann und Oberleutnant Hans-Georg Hadle kommen ums Leben 7. Mai 1975 LFZ YC 03 über Reichshalm, Waldviertel Hauptmann Billfried Burkhardt landet mit dem Fallschirm im Kamp-Tal-Stausee und erleidet unter Kühlungen und Wirbelverletzungen 1. Dezember 1976 LFZ G15 über Kraubeth an der Moor Major Alfred Fohn kommt ums Leben 14. Mai 1977 LFZ GC 13 über Hörsching Hauptmann Johann Gölzner kommt ums Leben 11. Oktober 1977 LFZ BH 38 über Kleinlobming Hauptmann Siegfried Rumpler kommt ums Leben 6. August 1981 LFZ GI 19 über Grupp Major Alois Strahner und Leutnant Gerhard Wiesinger kommen ums Leben 4 Personen am Boden erleiden schwere Verbrennungen 16. Oktober 1981 LFZ YH 08 über Windisch-Garsten Leutnant Roman Kaltenegger kommt ums Leben 18. August 1983 LFZ 3 ACT über Oertning Oberleutnant Gordon Kamitz und Leutnant Franz Ettlinger kommen ums Leben 27. Juni 1984 LFZ 3 GI über Ebental der Pilothauptmann Josef Pichler und sechs Fallschirmjäger kommen ums Leben 6. April 1988 LFZ GJ 20 über Eggelsberg Oberstleutnant Otto Leimgruber kommt ums Leben 13. September 1991 LFZ YH 06 über Micheldorf in Oberösterreich Leutnant Martin Nagelö und Wachtmeister Hans-Peter Tschuchny kommen ums Leben 3. März 1995 LFZ YH 01 über Innerkrems Fähnrich Johann Plank und Wachtmeister Manfred Fleur kommen ums Leben 1. Juli 1998 LFZ 3 ELB über der Niedergeiler Alm Gemeinde Lesacht Altmajor Gerhard Melser kommt ums Leben 20. März 2000 LFZ 5 DH über Kirchdorf an der Krems Leutnant Martin Oswald Vizeleutnant Engelbert Buchner und Zugsführer Markus Falzberger kommen ums Leben 17. April 2003 LFZ GARF über Truppenübungsplatz Einsteig Oberleutnant Thomas Ploder erleidet beim Schleudersitz aus Stieg Knieverletzungen und einen Wirbelbruch 17. Juni 2014 LFZ stürzt bei der Bundesheerübung Schutz 2014 am Truppenübungsplatz Leitz um Walchen ab Ein Unteroffizier kommt ums Leben Die Pilotin und ein weiteres Besatzungsmitglied werden schwer verletzt Gliederung Unterhalb des BMLVS ist ein Teilstab Luft im Streitkräfteführungskommando etabliert Der Teilstab Luft ist in Salzburg stationiert und stellt dem in Graz stationierten Streitkräfteführungskommando zwei Fliegerverbindungsoffiziere Das Kommando Luftraumüberwachung KDOLRÜ ist in Salzburg stationiert Aufgabe dieses Kommandos ist es die passiven und aktiven Einsatzmittel sowie die Fliegerführungselemente für die Luftraumüberwachung und Sicherung zu führen Dem KDOLRÜ untersteht Radarbataillon Technisch-Logistisches Zentrum für Radartechnik Überwachungsgeschwader in Zeltweg Zwei Fliegerabwehrbataillonen Fliegerwerft in Zeltweg Das Kommando Luftunterstützung KDOLU ist in Hörsching stationiert Aufgabe dieses Kommandos ist es die Bereiche Lufttransport und Luftaufklärung zu führen und die Fliegerverbindungselemente für alle Einsatzkräfte zu stellen Dem KDOLRÜ untersteht Flugbetriebskompanie Zwei leichte Transporthubschrauberstaffeln mit Augusta Bell ab 212 in Linz Eine Lufttransportstaffel mit Lockheed C-130K Herkules in Linz Eine Verbindungshubschrauberstaffel mit SUD Enviation SA-316B Aluette 3 in Eigeninstall Zwei Fliegerwerften in Hörsching und Langenlebern Einer Lufttransportumschlageinheit Einer Luftaufklärungsstaffel in Langenlebern Die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule FL Flats in Langenlebern Welche die gesamte Ausbildung für das bei KDOLRÜ und KDOLU benötigte Personal verantwortlich zeichnet Angefangen von den Piloten über Flieger Fliegerabwehr und Radartechnik bis zum Flugsicherungs- und Radarleitpersonal wird dort alles ausgebildet Was an Personal für die Luftelemente des Heeres benötigt wird Dieser Schule sind unterstellt Eine Leerabteilung Hubschrauber mit SUD Enviation SA-316B Aluette 3 in Langenlebern Eine Leerabteilung Fläche mit Pilatus PC-7 Turbotrainer in Zeltweg Fluggeräte Insgesamt besitzt das österreichische Bundesheer rund 140 Luftfahrzeuge Flächenflugzeuge Hubschrauber Ehemalige Luftfahrzeuge der österreichischen Luftstreitkräfte Augusta Bell AB 47 G2 Bell 47 G2 Bell H13H Sioux Augusta Bell AB 204 Augusta Bell AB 206A Jet Ranger Casa CN 235-300 Sessna 172 Skyhawk Sessna 182 AB Skyline Sessna L19A Bird Dog Sessna L19E Bird Dog Deheviland DH 115 Vampire TMK TMK Deheviland Canada DHC 2 Biva Fiat G4B Potas Fuga CM 170 Magister Jakovle Fleck 11 Mose Jakovle Fjag 18 Max North American LT 6G Texan Northrop F5E Tiger 2 Piagop 149 D Piper PA 18-95 Supercup Piper PA 18-150 Supercup Saab B17A Saab J2 9F Tonan Saab J3 5O EMK 2 Draken Saab 91 D SA4 Short SCS RS 3M Skyven Sikorsky S6 5C 2 beziehungsweise CH5 3OE SUD Enviation Aluette 2 Westland S55 World Wind CELIN Z126 Trenner Gronau BBIB Musga MGA Steinadler Die nachfolgende Galerie zeigt einige ausgewählte Flugzeugtypen, die in der Vergangenheit bei den österreichischen Luftstreitkräften eingesetzt wurden. Punkt, 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 Stützpunkte Militärflugplätze Fliegerhorste Fliegerhorst Brumowski, Langendebern, Niederösterreich Fliegerhorst Hintersteusser, Zeltweg, Steiermark Fliegerhorst Fiala Fernbruck, Eigen im Enstall, Steiermark Fliegerhorst Vogler, Hörsching, Oberösterreich Weitere Stützpunkte Flugplatz Wiener Neustadt Hubschrauberstützpunkt Schwarz in Tirol Hubschrauberstützpunkt Klagenfurt Stützpunkt Allensteig Ehemalige Stützpunkte Graz-Talerhof, Steiermark Flughafen Wien-Schwächart Flughafen Klagenfurt